Moin Moin und herzlich willkommen zu meinem diesjährigen Vortrag bei den Tux-Tagen. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf und es soll darum gehen, wie ich als eigentlich Debian-Nutzer zu AlmaLinux gekommen bin. Okay, dann mache ich mich jetzt auch wieder aus, so, genau. Die Desktop-Freigabe ist gerade weg. So, jetzt ist es wieder da, ne? Okay, gut. Gut, was ich heute vorhabe, ich werde einige Folien zeigen, ein bisschen erzählen, was so die Unterschiede zu Debian sind, also Unterschied zwischen AlmaLinux und Debian. Größter Punkt natürlich die Paketverwaltung, die ist quasi komplett anders, aber wiederum gibt es auch viele Dinge, die ähnlich sind, ähnliche Zielsetzungen, was man damit macht. Dann habe ich ein kleines Beispielprojekt, wo ich ein AlmaLinux nehme und dann Apache MySQL, MyServer und PHP drauf installiere, mit so einer kleinen Demoseite letztendlich ein bisschen was zum Thema Sicherheit noch erzähle und das Ganze zeige ich auf einem AlmaLinux 8.5. 8.5 ist jetzt vor zwei Tagen, glaube ich, rausgekommen, also das ist noch sehr, sehr frisch. Damit das Ganze auch ein bisschen einfacher läuft, weil viele Dinge, die wiederholen sich, wenn man jetzt zehn Maschinen hat oder so, dann ist es praktisch, wenn man das Ganze automatisiert, ich habe das in Skript gegossen, damit das einfacher ist, ihr könnt das denn auch so verwenden, wie ich das hier mache. In dem Vortragsprogramm ist meine Seite auch verlinkt und dort drauf findet ihr wiederum die Folien, die ich jetzt zeige und dort sind auch Skripte drin verlinkt, die ihr eigentlich auch benutzen könnt. Dann zu Fragen, ihr könnt ja einmal im YouTube-Chat und direkt auf der TUX-Tage-Seite könnt ihr den Stream auch live angucken und da gibt es auch so ein kleines Chatfenster und im Anschluss gibt es hinterher auch noch einen Jitsi-Raum. Also ich werde versuchen, dass ich alles hier drin unterbringe, was ich heute so zeigen will und für Fragen wird wahrscheinlich nicht mehr so viel Zeit sein. Also für alle, die es interessiert, treffen wir uns nachher in diesen Jitsi-Raum. Steht auch auf der Projektseite. Noch ein Hinweis dazu, diese Folien sind extra, deswegen so ausführlich, damit ihr sie auch zum Nachschlagen benutzen könnt. So, denn ein bisschen über mich noch, ich bin der Hauptentwickler vom Softwareverteilungssystem M23, organisiere quasi auch eine Konkurrenzveranstaltung, die Kilo Open Source und Linux-Tage, dann habe ich einen YouTube-PeerTube-Kanal, nicht dabei ist halt letzter Schluss, wo ich alles Mögliche mache, was mich so beruflich oder privat beschäftigt an Projekten aus dem Linux-Bereich. Jede Woche gibt es auch noch eine Live-Sendung mit Jean und mir, das ist der Organisator der TUX-Tage, also der das Ganze angeleiert hat und nebenbei bin ich auch noch Dienstleister, mache Entwicklung und dieses ganze Zeugs, alles, was irgendwie mit Linux zu tun hat. Dann, eigentlich bin ich Debianer, verwende auch Ubuntu und Linux Mint. Aber um die anfängliche Frage zu beantworten, ja, wie komme ich überhaupt zu einmal Linux? Ganz einfach, Geld. So, jetzt könnte ich den Vortrag schon beenden und Frage beantworten, aber nein, so einfach mache ich es denn doch nicht. Einmal Linux ist quasi die kostenfreie Variante für Software, die Red Hat Enterprise Linux braucht oder, ja, früher CentOS. CentOS ist eingestellt worden und einmal Linux hat das Ganze beerbt. Es gibt auch noch Rocky Linux dazu als quasi freien Nachfolger, aber einmal Linux haben wir denn für mehrere Projekte verwendet und bis jetzt läuft es auch ganz gut. Ja, warum überhaupt einmal Linux? Eben Ersatz für das mehr oder weniger eingestellte CentOS und die Firma, die hinter einmal Linux ist, das ist Cloud Linux, die versprechen, sie wollen da Geld reinpumpen in das Projekt, sie haben zehn Jahre Erfahrung schon damit und so weiter und so fort. Muss man natürlich gucken, wie sich das Ganze in Zukunft entwickelt. Letztendlich ist es erstmal bloß ein Versprechen einer Firma, die auf diesem Gebiet schon vorher tätig war und ob sie ihre Versprechen halten, dass sie auch die Community mit einbinden und das alles wirklich so machen, muss man halt gucken. Aber im Moment sieht es erstmal gut aus, es ist aber alles noch relativ frisch. Dann die Frage, wie kriegt man so ein einmal Linux überhaupt installiert? Also es gibt quasi einen klassischen Weg, man lädt sich so ein ISO runter, schmeißt das in eine virtuelle Maschine rein, wie wie VirtualBox, vor allem wer sonst was und kann dann ganz normal einen Server damit installieren. Ich habe auch schon mal ein Video dazu gemacht, wie man so einen minimalen Server mit einer statischen IP aufsetzt oder man kann eben ein vorhandenes Rocky-Linux, ein CentOS 8 umwandeln in ein Alma-Linux. Dazu gibt es so ein Skript hier, direkt von dem Projekt bereitgestellt, führt man mit Root-Rechten aus, dann wird dann einiges umkonfiguriert, werden die Paketquellen umgestellt und neue Pakete installiert und alles mögliche gemacht und hinterher hat man so ein Alma-Linux. Das Ganze habe ich gemacht auf einem V-Server. Der Hoster hatte ein Rocky-Linux 8 im Angebot und das habe ich mit diesem Skript auf Alma-Linux quasi umgestellt und das gucken wir uns gleich auch nochmal an. So, einen kleinen Schluck. Für die Leute, die von Debian kommen, gibt es grundlegende Unterschiede. Alma-Linux und ja, CentOS und diese ganze Red Hat-Schiene, die haben kein Konfigurationssystem, so wie man es von der DepConf und der Debian gewohnt ist. Konfigurationsdateien müssen überwiegend per Hand angepasst werden. Und was anderes ist eben auch, Serverdienste wie, ja, Datenbanken oder so ein Apache, ein Engine X oder so, werden nicht automatisch gestartet, nachdem man die Pakete installiert hat. Man muss automatisch, also man muss jetzt per Hand diese Dienste starten und über Systemd auf Enable setzen, damit sie auch beim nächsten Hochfahren der Maschine auch wieder mitgestartet werden. Dann gibt es, anders als bei Debian und Derivaten, Module. Module fassen Pakete zusammen, die normalerweise zusammengefasst werden, also die irgendwie so einen Themenkomplex abbilden, die zusammengehören und die muss man explizit aktivieren, damit man auf diese Pakete überhaupt zugreifen kann. Musste ich ja auch erst lernen, hat mich erst gewundert, aber ja, darum auch so ein bisschen dieser Vortrag. Dann gibt es standardmäßig eine Firewall, bei dem einmal Linux, was ihr über so ein ISO installiert und alle anderen Ports müsst ihr öffnen. Das ist anders als beim Debian, wo erstmal alles offen ist und nachträglich könnt ihr es dann, ja, durch eine Firewall einschränken, aber hier ist quasi erstmal alles zu, bis auf SSH. Dann ist SE Linux auch aktiv, was teilweise den Zugriff auf Dateien und andere Ressourcen beschränken kann. Je nachdem, was man denn davor hat, muss man dann auch mal gucken. Es gibt aber auch relativ viele Anweisungen dazu, wo denn drinsteht, wie man diese und jene Komponente installiert und da steht denn normalerweise auch bei, damit das läuft, müsst ihr noch folgende Regel bei SE Linux setzen oder sonst irgendwas tun. Dann noch, ja, Paketmanagement ist halt anders. Es gibt kein APT, sondern DNF und YAM. Bei dem Alma Linux 8 irgendwas, also mit 8.3 habe ich angefangen, 4 und 5, ist es dasselbe Tool. YAM ist sogar in Symblink auf DNF. Also es ist wirklich dasselbe. YAM ist quasi so das ältere, DNF ist das neuere, aber man kann es halt so und so angeben. Es verlinkt immer auf dasselbe Programm. Dieser Vortrag ist letztendlich auch so ähnlich wie der, den ich letztes Jahr schon gehalten habe, bloß dass ich jetzt eben nicht Debian als Basis habe, sondern Alma Linux. Also könnt ihr euch auch nochmal angucken, was letztes Jahr so gelaufen ist, ist vielleicht auch noch ganz interessant. So, Paketmanagement. Ich habe jetzt da einfach mal gegenübergestellt, auf der linken Seite immer, welche Befehle man unter APT auf dem Debian machen würde und das Gegenstück ist denn halt das, also ich habe immer gesagt, YAM, meistens jedenfalls, da habe ich auch mal DNF genommen, aber das Gegenstück eben auf der Alma Linux Seite. Beim Paket suchen sieht es relativ ähnlich aus. Cage, Search ist der Befehl dafür. YAM, Search, Paketname. Wenn ich jetzt wissen will, welches Paket eine bestimmte Datei enthält, benutze ich hier APT File Search und den kompletten Pfad von dem Programm, was ich haben möchte oder bei, ja, Alma Linux ist es dann halt DNF Repo Query und dann, ja, und daher habe ich viele Beispiele. Das ist vielleicht was, was ihr euch angucken solltet, wenn ihr das wirklich braucht. Das ist eben dieser Nachschlagecharakter hierbei. Paket installieren, einzelnes Paket installieren, quasi das, noch das Gegenstück zu dem dpkg, was bei Debian und Derivaten eine einzelne Debian Paketdatei installiert, heißt bei Alma Linux und Co. halt RPM. Das löst keine Abhängigkeiten auf. Es ist letztendlich so, als würde man eine Zip-Datei entpacken, läuft vielleicht nochmal ein Skript drüber, aber die Abhängigkeiten zu anderen Paketen werden nicht aufgelöst. Ja, Pakete neu installieren, wieder entfernen. Dann Pakete entfernen, die als Abhängigkeit mitgekommen sind, gibt es auch eine Lösung dafür. Aktualisieren von so einem System, das sind quasi so diese falschen Freunde, nennt man es. Unter apt-get heißt es Update und unter Debian wird mit einem Update die Liste der verfügbaren Pakete von dem Server runtergeladen, aber es wird kein Update durchgeführt. Bei Debian ist das zum Aktualisieren, heißt der, das Kommando heißt denn Upgrade, nicht Update, sondern Upgrade. Und bei der Alma Linux und ja, Red Hat Schiene heißt das Ganze eben Update und Update fasst diese beiden Punkte zusammen. Also holen von neuen Informationen von dem Server, was ist überhaupt vorhanden? Und durchführen von der Aktualisierung. Das ist da ein bisschen anders. Und bei den meisten anderen Sachen findet sich wirklich so eine 1 zu 1 Entsprechung. Dann, genau, was ist in welchem Paket wirklich drin? Da gibt es auch eine Entsprechung. Dann eine Spezialität, wie ich schon eingangs gesagt habe. Es gibt diese Module, die zusätzliche Pakete enthalten können bei Alma Linux und die muss ich quasi aktivieren, damit ich auf diese Pakete zugreifen kann. Wenn ich hier dieses YUM-Modul-List mache, kriege ich so eine Liste mit verschiedenen Modulen, die ich aktivieren kann. Und dort steht auch bei, von welchem Stream das Ganze kommt. Das sind nun mal so, ja, von welchem Zweig letztendlich das Ganze denn stammt. Und wenn ich mir dann ein Modul ausgesucht habe, was ich freischalten möchte, sage ich dann hier Module, Enable, Name von dem, von diesem Modul und dann von welchem Stream das Ganze kommt. Es kann auch mehrere geben. Da muss man dann auch nochmal ein bisschen gucken. Und dieser Parameter minus Y, der ist sowohl unter YUM als auch unter APT dafür da, dass Aktionen durchgeführt werden, ohne dass es nochmal eine Rückfrage gibt. Ansonsten kommt bei einigen denn diese Frage, sollen wir das jetzt wirklich installieren oder sollen wir das Paket wirklich deinstallieren? Sollen wir ein Update machen und so weiter? Und durch dieses Y wird diese Frage halt mit Yes, also mit Ja beantwortet und dann geschieht das halt automatisch. Paketquellen hinzufügen, da gibt es bei, ja, bei Alma Linux den YUM Config Manager, da kann man hier dieses Repo hinzufügen. Bei Debian würde man das Ganze vielleicht in die ETC APT Sources List eintragen und nochmal den GPG Schlüssel importieren oder unter Ubuntu gibt es da auch so einen, ja, wo man diese PPAs mit managen kann. Aber hier unter einmal Linux ist es halt das hier. Dann gibt es auch noch Paketgruppen. Das sind quasi so Gruppierungen von Paketen, die irgendwie zusammengehören. Das kann ein Desktop sein, wie zum Beispiel hier der XFCE Desktop. Da ist einfach eine Gruppe von Paketen mit dem Desktop mit verschiedenen Anwendungen zusammengefasst und sowas ähnliches gibt es halt eben auch unter YUM und da heißt es halt Group, Group Install und unter APT Debian ist es halt Task Sale. Macht auch wiederum was ähnliches, bloß ein bisschen anders. Also die einzelnen Möglichkeiten sind doch sehr sehr ähnlich, bloß die Umsetzung im Detail ist ein bisschen anders. Nachdem wir das Ganze jetzt doch relativ schnell einmal durchgekaut haben, noch irgendwas Sinnvolles, ein Projekt damit. Ich werde da auf einem bestehenden Alma Linux gleich eine Apache installieren, MariaDB Server, also für die Datenbank, also Webserver ist der Apache, Datenbank MariaDB. PHP ist eine Skriptsprache, die für Webseiten sehr häufig eingesetzt wird. Dann packe ich noch ein zweites M drauf, ein Mail-Server, bestehend aus einem DAF-Cut und einem Postfix und das Ganze mache ich halt überwiegend mit Skripten und je nachdem, wie viel Zeit am Ende noch sein sollte und ihr das wissen wollt, können wir auch noch mal in die Skripte reingucken oder ansonsten, ja, vielleicht auch in diesem zusätzlichen Jitsi-Raum. Dann habe ich noch so ein bisschen zum Thema Sicherheit. Einmal so ein SSH-Guard, der überprüft halt das System auf Auffälligkeiten, wenn von außen Angriffe gekommen sind, wie durch Probieren von Mail-Server, Passworten oder sonst irgendwas, dann werden die IP-Adressen von den Angreifern eine gewisse Zeit geblockt. Dann Thema SSL-Zertifikate, Let's Encrypt, kennen wahrscheinlich viele von euch, die Variante halt, wie man das Ganze unter Alma Linux macht. Ein weiteres Thema bei Sicherheit ist, aktualisieren, Updates machen, regelmäßig, häufig, also muss das Ganze auch automatisiert werden, dafür habe ich auch noch eine Lösung da drin und, ja, noch ein bisschen, wie man Mail-Konten anlegt und Zugriffe auf den, auf Verzeichnisse auf Web-Server absichern kann. Damit das Ganze noch ein bisschen praktischer ist, habe ich noch ein Beispiel, eine kleine Beispielseite, die man sich dann angucken kann, Informationen über die PHP-Version, die installiert ist und dann noch PHP-MyAdmin, da kann man MySQL und MariaDB-Datenbanken über sein Web-Frontend nochmal administrieren. So, jetzt als nächstes melde ich mich auf meiner virtuellen Maschine ein, die ich, ja, von so einem Rocky Linux 8 migriert habe, auf Alma Linux 8.5. Mit SSH melde ich mich an, da setze ich noch so einen Parameter, damit alle 15 Sekunden der SSH-Server einmal angepingt wird und die Verbindung offen bleibt. Ansonsten könnte es sein, wenn ich jetzt eine Zeit lang nichts mache, dann wird die Verbindung unterbrochen und das ist immer irgendwie doof, solange ich da arbeite, möchte ich auch, dass die Verbindung offen ist. So, das kopiere ich mir jetzt einmal und verbinde mich da drauf. Wie man an dem Namen von der Maschine noch sehen kann, kommt es vom Rocky Linux und ich habe da bis auf das Aktualisieren noch nichts weiter gemacht. Also das ist quasi so, wie der Hoster, die es Rocky Linux bereitgestellt hat und was ich denn auf das einmal Linux 8.5 Aktualisieren gemacht habe. Also mehr ist da noch nicht. Als nächstes ziehe ich mir quasi meine Skript-Bibliothek. In dieser Bibliothek hier sind verschiedene Funktionen in Bash drin. Das habe ich letztes Jahr auch sehr ähnlich gemacht für Debian. Bloß jetzt die neue Version, da ist eben AL dran an dem Namen. Das ist vor allem mal Linux. Ich lade mir als erstes diese Bibliothek herunter und die einzelnen Funktionen sind auch kommentiert. Also da steht drin, was sie machen und bei den einzelnen Zeilen habe ich auch relativ viel an Beschreibung dazu gepackt, sodass ihr das auch quasi selbst euch einmal angucken könnt, was das Ganze macht und da ist auch noch eine Menge drin. Damit ich die Funktionen jetzt benutzen kann, die in dieser Bibliothek drin sind, muss ich die quasi einmal in meine Bash, in meine Shell so reinladen. Das mache ich mit dem Punkt hier. Freifeld Namen. Und dann sind die Funktionen da verfügbar. Immer wenn es keine Ausgabe gibt, ist es gut. Ansonsten Fehlerausgaben sind natürlich schlecht. Jetzt setze ich für meine eigenen Funktionen Variablen. Da setze ich jetzt einmal, wie wieder Hostname heißen soll, von meiner virtuellen Maschine, dann setze ich auch nochmal die Liste der Domains, für denen der Mail-Server zuständig sein soll. Da es bei mir dieselbe Maschine ist, ist das jetzt identisch. Läuft beides auf derselben Maschine, ist für dieselbe Domain zuständig. Also ist das jetzt genau dasselbe. Dann habe ich noch eine Admin-E-Mail-Adresse, die verwende ich nachher auch im Skript, zum Beispiel für die automatische Benachrichtigung, wenn Updates durchgeführt wurden. Dann bekomme ich an die E-Mail-Adresse, die ich in dieser Variablen speichere, die Informationen zugeschickt. So, dann mache ich einmal das hier. Kopieren, einfügen. Geht wunderbar schnell. Dann setze ich den Host-Namen und den Domain-Namen. Aktuell hat die Maschine auch hier RockyLinux2 GB FSN11 und ich möchte, dass jetzt meine Domain eingetragen wird. Wenn ich mich jetzt einmal auslocke und wieder einlocke, würde ich das hier auch sehen, aber das spare ich mir jetzt erstmal. Als nächstes installiere ich jetzt ein paar grundlegende Programme. Dabei kommen Teile von diesem Programm aus diesem ja quasi so ein extra Repo, eine zusätzliche Paketquelle. Da ist zum Beispiel dieses Screen, was ich immer sehr gerne habe. Da kann ich im Hintergrund denn Programme weiterlaufen lassen und kann mich dann darauf wieder verbinden und gucken, wie weit das Ganze läuft. Weiterprogramme, die ich mit installiere, sind hier MC, der Midnight Commander, Nano, ein einfacher Texteditor, Wget, macht letztendlich dasselbe wie Curl und dann installiere ich ja auch nochmal den Firewall D. Bei einer normalen Alma-Linux-Installation kommt dieser Firewall Demon, worüber ich diese ganzen Port-Freigaben und Port-Blockierungen mache, auch mit. Bei dem, was ich jetzt bei diesem Hoster mitgekriegt habe, da ist es nicht bei. Also habe ich das in meiner Liste hier in der Funktion zum Installieren von diesem grundlegenden Serverprogramm einfach mit drin, dass ich da wirklich auf dem gleichen Stand bin. Auf so einem normalen Alma-Linux würde das nicht mitkommen, weil es schon da ist. Ja, also so sieht denn die Installation über den Jam oder DNF aus. Pakete werden runtergeladen, hinterher werden die Entpackt-Skripte laufen und dann ist das auch soweit fertig. Dann den nächsten Punkt, nachdem dir diese grundlegenden Pakete drauf sind, sichere ich das Ganze einmal ab über eine zusätzliche Funktion. Da installiere ich diesen SSH-Guard, dass ja, auffällige Zugriffs-Muster von externen Servern auch geblockt werden für eine gewisse Zeit und ach, das haben sie jetzt sogar umgestellt. Also das ist jetzt vielleicht eine von den Änderungen, denn jetzt wird es halt mitgestartet, der SSH-Guard wird automatisch gestartet. Wenn ich jetzt hier einmal gucke, dann laufen dort auch Prozesse mit dem SSH-Guard mit. Dann das nächste, automatische Updates aktivieren, habe ich auch wiederum eine Funktion für. Da gibt es DSDNF Automatik für unter dem Debian, was ich letztes Jahr gezeigt habe, da gab es den Con-Rpt. Das ist auch sehr, sehr ähnlich von der Art her, was es tut, bloß es macht es bloß wieder anders. Dann nachdem jetzt alle Ports zu sind, weil diese Firewall ja geschlossen ist, öffne ich jetzt explizit die Ports für HTTP, HTTPS für die verschiedenen Mail-Protokolle, damit ich damit überhaupt was anfangen kann. Hier ist mal, wo hier Success steht, da werden den Regeln angewendet und ich kann mir mit dem Firewall CMD List Services anschauen, was ist da jetzt freigeschaltet. also hier HTTP, HTTPS, IMAP, POP, SMT, SSH sowieso und ja, diese beiden hier, die kommen auch noch mit dazu, die waren schon vorher aktiviert, also es ist nicht bloß SSH aktiviert, standardmäßig, sondern eben, die kommen auch noch mit dazu. Dann hab ich jetzt als nächstes mein Mail-Server Installations Skript, das Ding ist relativ umfangreich beim Konfigurieren von ja, Postfix und dem DAF-Cut, da kann man sehr, sehr viel halt falsch machen, sonst hab ich das in den Jahren, bevor ich ja das mit Skripten gemacht hab, immer mal wieder geguckt, ja, wie macht man das denn jetzt in diesem Jahr und dann hab ich mir das denn aus dem Netz zusammengesucht, was denn nun ja, gerade so aktuell ist, wie man das absichern soll und wie einrichten soll und das ist sehr umfangreich und man kann auch mit kleinen Fehlern das Ganze zum Erliegen bringen, so, sodass das überhaupt nicht mehr funktioniert. Von daher ist das immer ganz praktisch, wenn man das irgendwo schon mal fertig hat, sodass man sich darum nicht mehr allzu groß kümmern muss und das tut exakt diese Funktion hier. Also Pakete werden erst mal installiert, ein DAFGuard, PostFix und danach wird diese Konfiguration vorgenommen, dort werden dann auch der Domain-Name eingetragen und für welche Domains der Mail-Server auch letztendlich zuständig ist. Das wird dort an mehreren Stellen eingetragen, damit das Ganze auch funktioniert. So, das ist jetzt vielleicht ein Punkt, wo wir vielleicht eine, zwei Minuten Zeit für ganz kurze Fragen haben, ansonsten ist ein strammes Programm. Haben wir zufällig was? Zurzeit aktiv nicht, nein. Gut. Aber wir warten einfach mal, weil der delayt etwas den Stream. Ah, okay, okay, gut. Ja, also bei diesen, ähm, ja, also das sind halt mathematische Berechnungen, die da laufen und diese, da wird jetzt irgendwelche Parameter generiert, damit die, ähm, SSL-Verschlüsselung besonders gut und sicher ist und, äh, da werden irgendwelche Pseudo-Zufallszahlen generiert oder sonst irgendwas und das dauert leider entsprechend lange. schon. Ja. Okay, gut, äh, dann noch mein Hinweis dazu. Als ich das Ganze hier konzipiert habe, mit diesem Vortrag, habe ich mehrere Testrunden gemacht. Und, ähm, am Anfang, nachdem ich eigentlich meinte, ich habe jetzt meinen Mail-Server richtig vorbereitet, richtig eingerichtet, das muss doch jetzt funktionieren, ähm, hat das einfach nicht funktioniert. Also mit dem, äh, Versenden von Mails, da dachte ich mir, das kann doch überhaupt nicht sein. Hab da immer und immer wieder drüber geguckt, über die Konfiguration und wirklich nichts mehr gefunden. Ähm, bis ich denn irgendwann mal auf die Idee kam, äh, da wird seine Mails nicht los. Jetzt versuche ich mich einfach mal mit einem anderen Mail-Server auf diesem Port 25 zu verbinden. Wenn ich so ein Telnet nehme und mit Port 25 eine Verbindung zum Gegenserver aufmache, sollte ich, ähm, ja, die Informationen von dem Gegen, äh, ja, dem Mail-Server auf der anderen Seite halt kriegen. Und das kam ihm auch nicht durch. Und dann habe ich geguckt und, ähm, ja, Firewall D ist ja freigegeben, Port 25. Da habe ich noch ein bisschen geguckt und dann, nee, also habe ich eigentlich immer noch nichts falsch gemacht. Und dann habe ich noch mal geschaut, in der Oberfläche von dem Host da. Habe mich dann da noch mal durchgeklickt und, äh, unter Netzwerk, also nicht unter Firewall, wo ich es jetzt eher gedacht hätte, unter Netzwerk stand dann bei, ach, übrigens, wir blockieren Port 25. Falls ihr das benutzen möchten, dann, äh, schicken sie uns eine Nachricht. Da habe ich gedacht, hä? Das ist ja schön und gut, dass ihr das macht, hat ja auch irgendwie einen Hintergrund, aber dass ihr, äh, nicht irgendwie so einen großen Warndialog beim Bestellen, äh, des Servers macht oder so, fand ich schon irgendwie ein starkes Stück. Also, falls, äh, das bei euch eben auch so sein sollte, ihr glaubt, euren Mail-Server richtig eingerichtet zu haben und er wird seine Mails nicht los, guckt vielleicht noch mal ganz genau in dem Konfigurationsmenü von dem jeweiligen Oster, ob da vielleicht noch irgendwo so ein kleines verstecktes Osterhalten ist. Ja, und danach ging's dann auch. Ja, er generiert immer noch. Ähm, nachdem, äh, das Ganze denn auch durchgelaufen ist, äh, kann man sich ein Programm installieren, Mail-X zum Beispiel und damit auf der Konsole ganz einfach eine Mail verschicken. Das hab ich dann eben auch gemacht, mehrfach probiert und, ähm, in, in der Log-Datei stand denn ja, konnte die Mail nicht loswerden, weil, ähm, die Gegenseite hat die Verbindung abgelehnt. Und, ähm, das ist relativ einfach mit dem Mail-X, also, Mail-X, halt Kommando aufrufen, dann der Betreff, an wen ich das Ganze schicken möchte und die ist, äh, minus V, das macht dann nochmal ein bisschen Ausgabe dazu, dass dann steht, ja, wurde versandt oder so und über das, was hier steht, das ist der Nachrichten Inhalt, Echo und das hier würde mir den Text hier einfach auf der Shell ausgeben und in diesem Fall wird diese Ausgabe umgeleitet durch das Pipe-Symbol und dort reingefüttert. Wenn man jetzt diesen vorderen Teil weglässt, dann, ähm, kriegt man so einen kleinen Editor, da kann man seine Nachricht reintippen und in den Deer abschicken. Und insofern, dass ich diesen Text schon da rein füttere, kommt diese Abfrage nicht und damit habe ich dann auch schon wieder was automatisiert. So, generiert immer noch. Der Teil mit dem Apache und PHP geht dafür auch relativ zügig. Also, da wird so ein standardmäßiger Apache installiert und PHP mit ein paar Modulen dazu. Das Ganze wird dann noch ein bisschen eingerichtet und eben auch aktiviert, dass dieser Service von dem Apache beim Hochfahren auch immer mitgestartet wird. Der heißt unter dem Alma-Linux auch HTTPD und nicht Apache 2, wie er unter Debian heißt. Ja. Aber jetzt zufällig schon irgendwie eine Frage, wäre jetzt, ich weiß nicht, wie lange das doch dauert. Leider nicht. So. Gucken. Ich spieg schon mal auf die nächste Seite, was da noch kommt. Genau, ja. Danach wäre denn der Web-Server da. Ich springe einmal vor, sonst hätte ich ja am Ende noch einen Block, dann sparen wir vielleicht noch ein paar Minuten für nachher. So. Wenn man jetzt so einen eigenen Mail-Server betreibt, dann ja, versuchen natürlich andere auch rauszukriegen, ob man jetzt ein Spam-Versender ist, ob das irgendwelcher Mist ist, der von dort kommt und je nachdem, wie andere Mail-Server und Mail-Anbieter das Ganze überprüfen, fehlt dann die mehr oder weniger strengen und einer der grundlegenden Informationen nennt sich MX-Eintrag, den hinterlegt man in den DNS-Einstellungen von dem jeweiligen Anbieter, wo man jetzt die Domain sich gemietet hat, das muss nicht dasselbe sein, wo man jetzt einen V-Server gemietet hat. Meistens bieten diese Roster eben beides an, DNS, also Domain-Bestellung plus V-Server mieten, aber das muss eben auch nicht zusammen sein, also bei mir ist es jetzt auch getrennt, weil das verschiedene Anbieter sind und dort bei dem DNS-Anbieter trägt man den MX ein, das ist der Mail-Server für den, der für diese Domain halt zuständig ist, für mein hier tt-demo pckill.de da habe ich eingetragen, dass der Mail-Server eben unter derselben Domain auch verfügbar ist. Das kann so sein, das muss aber auch nicht so sein, man könnte jetzt auch sagen, dass der Mail-Server unter mail.tt-demo und so weiter und so fort ist. Diese Information wird halt von anderen Mail-Servern teilweise ausgewertet, die gucken dann halt nach, ob das auch übereinstimmt, ob dann sinnvoller Eintrag mit, ob das überhaupt drinsteht und das sollte man selbst dann auch immer machen, auch wenn der Web-Server und der Mail-Server dieselbe Maschine für die gleiche Domain sind. Generiert immer noch? Das macht nichts, es gibt eine Frage, wenn du jetzt anlässt. Es wird gefragt, warum du eigene Skripte benutzt, warum nicht Ansible Puppet, Chef oder ähnliche Automatisierungstools? Ja. Also das hat den Hintergrund, dass ich zum einen wissen will, wie es funktioniert. Also es gibt andere Systeme, die quasi dasselbe machen, was ich auch mache, aber ich will immer gerne wissen, wie es unter der Haube funktioniert. Also das ist nicht nur da so, sondern auch bei anderen Sachen. Ich will das Ganze einschätzen können. Sonst diese Fertiglösung, die es ja doch vielfach gibt, wo man quasi so eine Blackbox hat und dann relativ viel Aufwand reinstecken muss, um das Ganze zu analysieren. Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte das selbst machen. Und diese Skripte kommen auch nicht aus dem Nichts. Die gab es in vereinfachter Form auch vorher schon und ich habe einfach das denn gebündelt, was ich vorher schon gemacht habe, habe das denn nochmal aufbereitet und ja, das ist letztendlich daraus geworden. Es gibt andere Möglichkeiten, es gibt vielleicht auch bessere Lösungen. Es kommt darauf an, was ihr vorhabt. Also so wie mein Kanal auch heißt, nicht der Weisheit letzter Schluss, das ist so, wie ich an Dinge drangehe, wie ich Dinge für mich umgesetzt habe, aber ihr könnt das natürlich komplett anders machen. Das ist jedem halt selbst überlassen. Das war jetzt so mein Weg dabei. Ich wollte das automatisieren und das ist mein Weg dazu. Juhu. Okay, gut. Also dann sind wir damit auch so durch. Das ist jetzt der Mail-Server-Teil. dann den beliebt machen, da habe ich nachher noch einen Nachschlag für. Da war ich da. Genau, so. Als nächstes jetzt Apache und ERP installieren. Skript drin. Darum kommt hier auch die Information, dass der Simlink gesetzt wurde und dass es auch mit gestartet wird. Das PHP, was normalerweise bei dem einmal Linux mit bei ist, ist sehr alt. Es gäbe ein Modul dafür, sodass es auch bis Version 7.4, PHP 7.4 möglich wäre. und dann habe ich gefunden, dass es hier dieses Repository von Remi gibt. Das hat jetzt meinen Zweck erfüllt. Das wird wohl häufig auch eingesetzt und damit funktioniert das Ganze. Da gibt es zwar hier das PHP 7.4, aber es gibt auch die 8. Version darüber über die Module von dem Yam kriegt man bis 7.4 aktuell. Also kommt hier darauf an, was ihr vorhabt. Kann das Ganze eine gute Möglichkeit sein oder eben auch eine schlechte, welches PHP ihr braucht und ob ihr jetzt dem hier vertraut, dem Remi oder lieber eine vielleicht etwas ältere Version haben wollt, die direkt von einmal Linux kommt. Und dabei werden dann auch noch ein paar Pakete mit installiert, also PHP auf der Kommandozeile ist dann nochmal mit dabei und für die Beschleunigung von PHP Code gibt es da den der kompiliert quasi den PHP Code, legt den irgendwie so einen Zwischenspeicher und dann wird das Ganze halt schneller beim zweiten Aufruf. So, was ist denn auch noch mit dabei? Oder haben wir noch was Schönes? Ja, oder diese XML Bibliothek und für JSON ist noch was mit dabei und ja. Es gibt auch noch viele weitere Bibliotheken für PHP, kommt wiederum darauf an, was man braucht, wie wir in dem ja unserem Gespräch vorhin zu Sicherheitsthemen schon hatten, eher lieber weniger installieren auf so einem Server und wirklich bloß das, was man auch wirklich braucht. Das, was ich jetzt hier installiert habe, das reicht dafür, um den PHP My Admin auszuführen, aber wenn ihr jetzt irgendwas umfangreicheres, ein CMS-System habt oder ERP irgendwas, dann reicht das vielleicht nicht aus, dann müsst ihr vielleicht nochmal ein Paket dazu installieren. So, dann, nachdem wir uns das Ganze, ja, eigentlich noch nicht viel gesehen haben, von dem, was da rauskommt, schaue ich einmal so, was kommt da raus? Da kommt diese einmal Linux Testseite. Wir befinden uns jetzt noch hier im unverschlüsselten Bereich, darum auch noch HTTP und das ist auch noch in Ordnung, im Moment zu diesem Status, zu diesem Zeitpunkt. Jetzt mache ich als nächstes weiter mit der Datenbank, im Moment haben wir zwar einen Webserver und PHP, aber wir haben noch keine Datenbank. Dafür nehme ich denn MariaDB. Das ist ein Fork von dem MySQL. Wird sehr aktiv weiterentwickelt, ja, auch von den Leuten, die früher MySQL gemacht haben, also das sollte man heutzutage eher verwenden, anstelle von dem MySQL und, ja, das verwende ich eben auch hiermit. Ist eine SQL-Datenbank und dort kommen jetzt diese einzelnen Pakete drauf und dann gibt es so ein Absicherungsskript, was interaktiv ein paar Fragen stellt. Da kommt einmal, also ich muss jetzt Passworte setzen, ich habe jetzt, da es eine Erstinstallation ist, habe ich noch kein Passwort für meine Datenbank gewählt, kein Root-Passwort, Root ist nicht das Passwort von dem Root-Benutzer, sondern der Root-Benutzer der Datenbank, also das ist wirklich bloß für den Administrationszugriff auf die Datenbank gedacht. Also ich habe keins, ja, ich möchte ein Passwort jetzt setzen, das sollte ich immer tun, ich nehme hier einfach mal das da, verwendet natürlich ein eigenes für eure Sachen und ich schmeiße diese Maschine hinterher sowieso weg, also könnt ihr damit eh nicht viel anfangen. Ja, Zugriff durch anonyme Benutzer nicht zulassen, ja, Remote-Zugriff sollte man eigentlich auch nicht zulassen und so eine Testdatenbank kann auch weg und ob diese Änderungen jetzt sofort gültig werden sollen, sollen sie auch. So, also ich kann bis auf zweimal Passwort eingeben eigentlich immer Enter sagen. So, jetzt habe ich meine Datenbank soweit eingerichtet, also ich habe ein Admin-Konto da drin, was root heißt und jetzt kann ich über mySQL admin mit meinem Benutzer root hier, dem Passwort, die Versionsnummer fragen. Bei MariaDB ist es auch so, dass diese ganzen Kommandozeilen, Parameter und die API so kompatibel ist zu dem, was mySQL hat, darum heißen diese Befehle auch noch mySQL. obwohl ihr eine MariaDB habt. So, wenn ich da so eine Information kriege, welche Versionsnummer das Ganze hat, hat das funktioniert, wenn ich jetzt das Passwort quasi einmal kaputt mache, dann komme ich da nicht rein. Dann weiß ich schon mal, mein Admin-Zugang, mein Root-Zugang hat schon mal funktioniert. Dann als nächstes kleine Infoseite anlegen, über den Echo-Befehl auf der Shell schreibe ich diesen Inhalt hier in eine PHP-Datei. So. Und wenn ich jetzt hier das Ganze einmal aufrufe, nächster Tab, dann stehen da diese ganzen Informationen drin, wo das PHP herkommt, von Remi, welche Kompressionen das Ganze kann, und so weiter und so fort. Ist eine relativ lange Liste, was das ganze PHP kann, Datenbank und so weiter. So. Nachdem ich das einmal überprüft habe, sollte ich das auch gleich wieder löschen, denn diese Informationen können für einen Angreifer durchaus interessant sein. Also sollte die Version von dem PHP oder eines von diesen Untermodulen eine Sicherheitslücke haben, präsentiere ich einem Angreifer sofort diese ganzen Versionsnummern und kann er seinen Angriff darauf optimieren. Kleine andere Sache noch, bei dem Alma Linux ist es so, dass RM entfernt eine Datei immer interaktiv ist, also es gibt zu jedem Entfernen von einer Datei eine Nachfrage und indem ich hier sage minus F wird diese Abfrage übersprungen, denn in diesem Fall weiß ich wirklich, ich möchte diese Datei auch wirklich löschen. Dann hole ich mir jetzt so ein PHP My Admin, das ist eine kleine praktische Oberfläche zum Administrieren von MySQL und MariaDB Datenbanken. Das Ganze ist, wie ihr Name sagt, im PHP geschrieben, also hier lade ich es einmal runter, dann entpacke ich diese ZIP-Datei, dann schmeiße ich hinterher auch diese ZIP-Datei wieder weg, dann benenne ich dieses Verzeichnis, was entstanden ist, einmal um. Ich nehme jetzt erstmal diese Zeilen hier und führe die aus. Diese lange Liste hier, das war das Entpacken und ja, die ZIP-Datei wiederum entfernen von der Versionsnummer in diesem Verzeichnisnamen auf phpmyadmin umbenennen und als letztes ändere ich jetzt noch die Zugriffsrechte auf das Verzeichnis mit allen Unterverzeichnissen auf den Apache-Benutzer und die Apache-Gruppe. Also die heißen nicht HTTP, sondern die heißen Apache. So, denn ansonsten, da ich im Moment ja noch mit Root arbeite, würden, gehört dieses Verzeichnis, alle Unterverzeichnisse und alle Dateien eben dem Root-Benutzer, aber es soll halt dem Web-Benutzer gehören, also dem Apache-Benutzer. Dann, damit dieses Verzeichnis überhaupt über den Apache verfügbar ist nach draußen, brauche ich eine Konfigurationsdatei. Das ist auch ein bisschen anders als bei Debian und Derivaten. Dort wäre es halt unter etc Apache zwei Sites und dann gibt es einmal Available und Sites Enabled und hier wird das einfach in dem http confd als Konfigurationsdatei angelegt. Also man kann Seiten nicht aktivieren oder deaktivieren, das wird einfach direkt da reingeschrieben und das Ganze wird eben auch noch angereichert durch den Domain-Namen, damit diese Konfigurationsdatei, wenn ich gleich die Domain aufrufe, auch den nachguckt und mir diese das php my admin zeigt. Und hier Port 80 heißt, das Ganze ist noch im unverschlüsselten Bereich, also wir haben immer noch http, keine https. Über das Echo schreibe ich das in diese Konfigurationsdatei und anschließend starte ich den Apache einmal neu. Wenn ich jetzt wiederum drauf gucke auf die Seite, also ich hatte vorher eine andere Seite, aber durch diese Konfiguration habe ich festgelegt, dass das jetzt die neue Seite sein soll, wenn ich die Domain einfach so aufrufe. Da habe ich jetzt ein php my admin, ich könnte mich jetzt theoretisch mit meinem Buchbenutzer und dem Passwort dort anmelden, sollte das aber nicht machen, denn die Daten werden unverschlüsselt übertragen. Machen wir das Ganze gleich noch mal ein bisschen sicherer. Denn als nächstes holen wir uns jetzt einmal Let's Encrypt. Let's Encrypt stellt kostenlose SSL Zertifikate aus, da gibt es so ein Programm, was mit dem Let's Encrypt Server kommuniziert und dann werden da Informationen ausgetauscht und dann hat man hinterher auch wirklich so ein SSL Zertifikat im eigenen Web Server. Das gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen, gibt es für Apache, gibt es für Nginx und für glaube ich noch ein paar weitere und das Ganze ist in meinem Skript auch mit drin. Da wird dann dieser Zert-Bot installiert, das ist dieser Bot oder dieses kleine Programm, was mit der Gegenseite, mit dem Let's Encrypt Server kommuniziert und auch die ganze Einrichtung vornimmt. Also man muss hinterher, wenn man diesen automatischen Modus verwendet, auch nicht den Apache Server nochmal umkonfigurieren oder so, das kann dieser Zert-Bot alles mitmachen. Ja, man kann jetzt noch sagen, dass man Informationen von der Electronic Frontier Foundation haben möchte oder nicht. Ich möchte das jetzt nicht haben und jetzt wird für meine Domain das Zertifikat angefragt und auch gleich hier abgelegt in dem Verzeichnis, also das Zertifikat und private Schlüssel. Das macht dieser Cert-Bot automatisch und automatisch hat er jetzt auch das Weiterleiten von HTTPS auf von HTTP auf HTTPS mit eingebaut. Wenn ich jetzt wiederum meine Domain hier aufrufe, dann ist das Ganze jetzt verschlüsselt. Ich habe da nämlich jetzt diesen Schloss davor und sagte mir auch Zertifikat gültig und dort steht drin, wurde ausgestellt von Let's Encrypt am heutigen Sonntag um diese Uhrzeit wurde es ausgestellt und ist gültig bis zum Februar. Also das funktioniert jetzt automatisch schon. Dann als nächstes, wenn ich jetzt das Ganze noch absichern will, dass nicht jeder auf meine php my admin Seite kommt, dann benutze ich noch diese Datenbank von Apache, wo ich Benutzernamen und Passwörter in Gesterform ablege und dann kann ich damit quasi Seiten oder einzelne Konfigurationen damit dicht machen. Dafür gibt es das HT PasswD. Das jetzt mache, lege ich eine neue Passwort Datenbank mit dem Benutzer DB an. Jetzt Passwort gibt das nochmal an und wenn ich da einmal reingucke, habe ich hier mein Benutzer DB und in gehashter Form das Passwort, was ich gerade angegeben habe. Wenn ich jetzt die Datenbank erweitern will, mache ich das so, Benutzer daraus löschen, mache ich so. Wenn ich jetzt dieses Verzeichnis, wo php my admin drin ist, schützen möchte, lege ich so eine htxs Datei an, mit Punkt davor heißt, die ist versteckt und dort wird auf die Datenbank zugegriffen, die ich oben angelegt habe, habe ich noch so einen Namen hier, geschlossene Gesellschaft, einfache Authentifizierung und es wird ein gültiger Benutzer gebraucht, um darauf zugreifen zu dürfen. Das lege ich einfach an und wenn ich jetzt wiederum die Seite aufrufe, muss ich jetzt meinen Benutzer, den DB Benutzer und dann komme ich jetzt wiederum auf diese Seite drauf, sonst halt nicht. Also jetzt habe ich SSL Verschlüsselung drauf, dass keiner den Datenstrom überwachen kann und dazu eben auch noch eine Benutzer Authentifizierung, die nicht die von dem php My Admin ist. Jetzt lege ich mir für Maria DB einen zusätzlichen Administrator an. Da locke ich mich erst mal auf der Maria DB Konsole ein. Mit dem richtigen Passwort komme ich da auch hin und dann kann ich jetzt meinen Befehl eintippen. Ich lege jetzt einen neuen Benutzer an. Create User. Das sind die Befehle von SQL, von der Datenbank hier, um einen neuen Benutzer anzulegen, der jetzt Admin heißen soll und Local Host. Also nur für das System selbst, also von außen kann man damit nicht zugreifen, sondern bloß von innen her. Und das Ganze soll hier wieder ganz geimes Passwort haben als Passwort. Dann bekommt dieser Benutzer Admin auch Zugriff auf alle Privilegien, also Datenbanken anlegen, löschen, Tabellen anlegen, löschen und alles mögliche machen. Dann werden diese Zugangsberechtigungen einmal neu geschrieben, dass sie auch gelten und dann gehen wir auch wieder raus aus diesem interaktiven Modus. Da mache ich einmal so, kopieren, einfügen und bin wieder raus. Jetzt überprüfe ich das Ganze auch nochmal, ob das wiederum funktioniert, wie wir vorhin hatten. Unterschied ist jetzt nicht mehr Root, sondern Admin und jetzt kriege ich auch wiederum die Versionsnummer raus. Wenn ich jetzt einen anderen Benutzer nehme, komme ich eben nicht rein. Hauke, du hättest noch zwei Minuten. Jo, okay. Dann kurz noch anlegen hier, Konfigurationsdatei ändern von dem php my Admin. Der Unterschied dabei ist, diese Anmeldemask fällt dann weg, aber da es ja durch diese Apache Absicherung gesechert ist, dass ich sowieso mal ein Passwort angeben muss, diesen DB Benutzer, bin ich da auch sicher. Und da habe ich ja meine Datenbank, alle möglichen Informationen und so weiter. So, genau, haben wir gesehen, Mail Konten einrichten funktioniert über Ad User, neuen Benutzer anlegen, der braucht keine Shell, also man kann sich mit eben nicht auf dem System anmelden, gibt noch ein Passwort, trägt man einen in den Mail Client, den man benutzen möchte, wichtig dabei ist hinterher New Aliases aufzurufen und den Postfix einmal neu zu starten. Benutzer löschen 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 umgekehrt Dell User und dann ist er wieder weg einmal hier für so ein Mail Programm wo man es einträgt den hatten wir schon dann gibt es noch andere Möglichkeiten um den Mail Server beliebt zu machen dass er nicht nach Spam aussieht das eine heißt rdns beziehungsweise dns reverse guckt danach wenn das irgendwie nicht funktionieren sollte andere Möglichkeiten einfach mal zum nachschlagen dkim spf dmark oder einfach mal den Betreiber von dem anderen Mail Server anschreiben zum Beispiel bei t online habe ich klärt im mitschnitt könnt ihr da noch sehen von unserer show von ein paar Monaten glaube ich schon wieder so das wäre es ansonsten wer noch Interesse hat kann gleich noch in den Jitsi Raum kommen der im TUX Tage Programm verlinkt ist wenn ihr noch Fragen habt kommt einfach vorbei und dann können wir uns noch ein bisschen unterhalten links habe ich in beide Chats schon gestreut super wunderbar so und jetzt Punkt Landung oder ja super ja dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit und vielleicht bis gleich